So, alles klar, wo man dann genau wählen kann, als würde man spawnen, da ist wieder Bane, also wir gehen Ich glaube, das Bult ist eine super Nacht, ich bin halt andere Seiten von meinem Dach, die sind auf meinem Haus, also down, er ist doppelt, krass, moving fast, fang ja mit dem Boden Leute, der Heli ist hier explodiert, what the fuck, das ist natürlich unpraktisch, ne, so, Daniel, mir fehlt gar nicht mehr so viel Geld, dann kann ich ihn zurückkaufen, nur noch, nur noch 3000 2000 in der Kiste, komm an, dergerlich, du bist geschlossen, ja, weil der eine Dude aus dem Zuschauer-Ding in den Stein beworfen hatte, dachte ich jetzt hinter dir, los, Klassiker, Alter, das ist so dumm Rechts hat noch Geld, ja, ihr habt auf jeden Fall genug, Kopfgeld Da oben am Dach ist auch noch einer, ja, hab ich gesehen, aber ich wollte mich da konzentrieren, danke dir Hau dir mal wieder aus, ich geh da von hinten rein jetzt Ich bin nie gegen drei so nah gekämpft, aber ihr macht das schon, ja Auf mich wird geschossen Ich finde auch hier den Weg hoch nicht, also, alles klar Alter Fuck my life, ey Außen Ich muss nicht beeilen, weil die gehen schon weiter, die pushen, glaube ich Ja, die pushen mich Ja, 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 schön Das sie nicht springen Ja, genau Recht oben an der Dachecke, er ist noch da Schönes Ding Die sind genau zwischen euch in diesem kleinen Haus Der Punkt ist nämlich 100% akkurat Die sind direkt, also, du müsstest sie gleich sehen Einer ist unter dir, Frodo, genau, wenn du runterspringen willst Da ist ein Baum Ja, ja, das war das Kopfgeld Nice Aber das ist der dritte, ist die Frage Aber warte, ich hab nen Happy-Center, hä 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 Ich geh, äh, ich geh ihn holen Ich hab 3K, hier müssen gar nichts droppen Ja, easy, perfekt Das war doch, das war doch gut jetzt gerade Gegner, Gegner hier in dem Gebäude, direkt Er ist da, das war der letzte vom Team Nummer 3 Oh yeah, Baby Aber ist hier nicht direkt bei denen in der Zone? Direkt hier? Hier kommt ein Gegner Irgendwo Liegt die Waffe Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto Noch einer? Es sind zwei Teams, ne? Dann ein House Rider Oben drin, glaub ich Ja, oben im Fenster Oh lol, du hast andere Fenster auch nochmal durchgebrochen Ihr habt nen Armor Crack, Armor Crack, hinten eine Mauer Hinter dem Auto Ich werf C4 oben rein Ich werf C4 oben rein Drei Warte Drei Einer auch hier relativ close bei uns grad, warte Rechts Also die werden auf dem Dach sein Dach ist nichts Ich bin jetzt auf dem Dach ist aber ganz gut Komm ich mit? Hier, Tür Hab ich direkt gefinisht Hier runter Der ist rechts um den Ecke Ich treffe den House Ich hab keine Rüstung mehr Vielleicht kommt er Ich geh von hinten rein Er ist links, glaub ich Links, links im Raum, glaub ich Wir sind nur Tote überall Mach nochmal HB Ohhhh Direkt hier an der Tür Warte, ich hab keine Armor, muss stacken Wir sind direkt oben an der Treppe, ne? Ja, ist down Ja, da läuft er, da läuft er, da läuft er Hat einen Hit Liegt Ist down Tod, sauber Dein Team folgt noch Da, da ist er Ja, ist direkt tot Alter, dicker Was ist denn ein Header, Papa? Ich hab dem... Du hast... Also die waren jetzt down War das Squad Vibe, ja? Ja, es war Squad Vibe Passt Vor uns wird doch geschossen schon In der Bounty Area Genau hier Genau dort Koff dir mal den Self revive hier links Ja, ich mach schnell Ähm von ein anderem Haus Das sind nicht, Das ist nicht unser Bounty, glaub ich Lass uns zusammen bleiben, bitte Oh nonono Komm hin Wir brauchen nur Stetik Kannst die Drohne anmachen, bitte? Der Drohne ist an Oh, er hat mich. Kann mich jemand holen oder soll ich self-arriven? Okay, mach ich, mach ich. Auf mich wird auch geschossen. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Nee, direkt von dir mach ich mir ersorgen gerade. Ja, der hat nen Hit. Einer hat nen Hit. Er ist im Gebäude jetzt. Wir haben hier auf dem Hangar noch einen, glaube ich. Hier drauf. Er steht noch mal auf dem Dach rum. Ja, ich hab ihn noch mal getroffen. Zone 27. Jetzt sind sie auf jeden Fall wieder gesammelt. Jetzt sind alle beisammen und wir sind am Arsch. Entweder feiten wir sie oder wir sterben an der Zone. Wir können nur hin. Dann gehen wir hin jetzt. Weil die Zone ist so weit weg von uns. Er zieht, er scoped zu mir gerade. Ist er noch oben auf dem Dach? Ja, er hat wieder nen Hit. Er hat nen Molo. Ich hab ihn mit Molo gedownt. Schön, 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 schön. Ich hab noch einen Mate von ihm gedownt. Der oben wird halt nen Save-Revive haben. Safe. Hat sich aufgehoben. Ich hab's gehört. Move, 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 move. Zone, die tut B. Ja, ich move, ich move, ich move. Den ist tot. Schön, 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 schön. Oh, Garsten auslust direkt kaputt. Ich komm in die Zone rein, Alter. Wir werden's nicht schaffen. Wie schnell ist diese Zone? Das ist ja richtig beschissen. Ja, okay, ich bin raus. Ich bin... Oh! Oh, ist das Dom, Alter! Das war doch nicht der, oder? Waren es zwei? Ich mein, einer war noch näher dran. Nur rühst sie mehr. Da, Leute, er geht das nächste aus ins Kleinehaus. Für den rosa Griffidi. Schöner Shot. Links von der anderen Logang. Pass auf. Ne, ist okay, ist lang links. Wir sind drei Stück rechts von uns. Da drüben. Da, Reiner. Einer liegt. Lauf, 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 lauf. Ihr könnt die Zone nicht ausrennen. Die ist zu fast für euch. Okay, direkt vor uns, direkt vor uns. Irgendwo hier muss er sein. Beim blauen Spot ist auch einer. Dado, bei mir, vor mir fünf Filter ungefähr. Fünf Filter. Ich scanne noch mal. Der ist jetzt ein bisschen weiter links. 296. Ja, hier, 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 hier. Alter. Ich hatte die falsche Waffe draußen. Nimm deine Rüstung wieder. Denk an Platten. Auf blau, wie gesagt. Auf blau. Die Ecke ist super gut gerade. Ja, 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 ja. Elf Meter direkt vor mir. Was, 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 was? Was? Über mir, genau über... Oh, oben. Guck nach oben. Schön. Das ist wegen der Ecke gestorben. Ich hebe mich auf. Ich hatte mein Selfie überhaupt durchgekommen. Er hat mich zweimal gedauert. Das war richtig lang. Eieieieiei. Er zeigt mir keiner an. Wie ist ne K? Hast du nur viele Platten hast du noch? Ja. Äh, zwei. Kannst du mir eine geben? Ja. Move mit Backup. So, ich guck mal auf der Map. Ihr seid wieder am äußersten Zonenrand. Das ist gar nicht schlecht, glaube ich. Nehme ich meinen, Zone-Move am schnellsten bei euch. Wir schaffen wir noch. Ja, schaffen wir. Neun Leute noch. Noch sehr. Zwei. Vor uns zwei. Vor uns zwei, ja. Vor uns zwei, ja. Ja, oder wieder oben drauf. Klo, oder? Hier, ich hab hier Entdeckung zumindest. Ist halt blöd. Ich glaub, hier rennen gleich zwei los. Die kommen hier, also wahrscheinlich werden die nicht vier runter. Die laufen jetzt ein bisschen Richtung Zone. Von uns die waren hier relativ close. 17 Meter. Das ist direkt, also guck mal hier, Zone. Warum gehen die nicht links ins Haus ran? Da sind die ja. Links. Ich hab einen. Du hast auch einen? Ja. Nimm Platte. Wir kommen nicht ins Haus. Andere seid rückwärts rum. Rechts rum und dann schnell. Rein. Ja, da und dann um die Wand. Da oben saß. Nein, ich liege. Das ist ein klasse, fucker da. Ah! Nein! Das war nicht der Letzte. So cool. Ja. Ja. Er steht im Ding. Alter. Warum geht der runter? Mein Puls, Alter. Warum geht der runter? Er verliert die Runde damit. Nee. Boah, das war schon. Boah. Nee, nee, das war er. Alter, Jungs, das waren 16 Kills. Er hätte damit verloren, dann mit dem Runterspringen. Wer ihn jetzt denn nicht sterben lassen soll. Schade, ey. Aber es war unglaublich gut gespielt. Wie viele Kills du hast, Angelou? Aber am Ende das Vorwort. Stand gerade eben, ja. Nachsehen. Ich hatte 10, ihr beide 3. Die hat so viel Spaß gemacht gerade. Ja, ne? Das ist so spannend. Also ich mag dieses Teamplay. Also mit Aufheben, Deckung und so. Das kommt in keinem Battle Royale so rüber. Ja. Nee. Mega, mega. Also wirklich. Die Riebein-Mechanik und alles. Das ist alles so gut. So, Leute. War das geil oder war das geil? Alter Schwede. Eine astreine, wirklich eine astreine letzte Runde. Leider nicht aufs Treppchen, beziehungsweise doch, aufs Treppchen haben wir es geschafft. Aber das war insane. Ja, war okay. Hm. Ja, ja. Wenn der Chat sagt, das war nur okay. Bis dann beim nächsten Mal, wenn ich rein schweißer, dann wird wieder geschrieben. Ja, der Smugel rafft nix, kriegt nix hin. Verstehst du? Ne, 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 ne. Alles klar, Leute. Denn viel, viel lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle euren Spaß. Stay tuned. Das war Smugel. Und wir sehen uns. Ich wollte es gerade sagen, in der nächsten Episode. Beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssigowski. Ciao. Outro